Ja, da ist die nächste Hauptprogramm-Vorschau. Dau-Alarm im Boot in der Welt und bei mir. Ja, es ist wieder einiges geboten. Ich bekam mal wieder ein Angebot für 10 kostenlose FFP2-Masken. 5G wurde von Vodafone aktiviert und vieles mehr. Könnt ihr dann gerne schauen bei VK, bei BitChute, die sich den Trailer bei WEDNOS TV aufrufen. Entsprechenden Link kopieren in die Browserzeile ab damit. Bis gleich. Tschüss.